Herzlich willkommen zu Cosmic Scene. Heute zu Gast Veronika Volke. Veronika hat ein sehr spannendes und bewegtes Leben mit einer sehr interessanten Geschichte. Sie war Model und Gesicht für mehrere Großunternehmen, ist dann aber über Lebenskrisen von dem Äußeren, könnte man sagen, zum Schaue in dich gelangt und hat dort in ihrer Seele spannende Fähigkeiten entdeckt. Wir sprechen über Medialität heute. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Veronika und los geht's. Herzlich willkommen Veronika. Ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich würde gern unser Gespräch mit der Frage beginnen, weil vielleicht ist es sowieso die Frage, die diese ganze Sendung irgendwie umspannen wird. Wie geht man diesen Weg vom Model und vom Image-Gesicht für Großunternehmen, wie geht man diesen Weg dann hin zum medialen Coach? Was ist das für eine Entwicklung und was für Wandlungen führen einen dazu? Du Charles, wie schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank. Und genau die gleiche Frage, die hätte ich mich auch sowas von gefragt. Weil ich weiß nicht, ob es je einen klassischen Weg zur Medialität gibt. Aber wenn es einen geben würde, dann war es nicht meiner. Also ich bin nicht groß geworden und war umgeben von spirituellen Menschen, sondern ich bin im bayerischen Dorf unter vielen Tieren sehr bodenständig groß geworden. Und habe auch nichts mit Religion am Hut gehabt. Und bin dann eben so nach dem Jugendalter von Modelagenturen gehostet worden. Den habe ich irgendwie gefallen und habe dann auch großen Anklang gefunden, was natürlich einem Mädchen gut tut, einer jungen Frau. Und habe mich da auch dann angefangen zu leben und habe ein Leben begonnen, wie sich, glaube ich, schon viele Menschen auch das wünschen würden. Oder auch zu der Zeit als junger Mensch bin ich sehr gesehen worden und war sehr beliebt. Und trotzdem, trotz dem ganzen Glanz und trotz dem ganzen Ruhm und trotz der ganzen Sichtbarkeit, hatte ich etwas in mir, was traurig und verloren war. Das habe ich schon als Mädchen in mir gekannt und das ist dann auch nicht weggegangen. Ich dachte mir, das geht weg dann auf dem Weg, wenn man sich findet und wenn man an einer Welt einfach was darstellt und seinen Weg geht. Und bei mir ist es nicht weggegangen. Und diese Traurigkeit hat sich fast noch verstärkt durch die Sichtbarkeit, wo ja viele Menschen sagen könnten, Mensch, die Veronika, die hat es ja geschafft. Durch das, dass man mich schon da so gesehen hat, habe ich mich in mir fast noch verlorener gefühlt, weil ich dachte, ich muss das ja dann auch fühlen, wenn die anderen Menschen das ja bei mir sehen, dieses Angekommensein. Und diese Traurigkeit und diese Verlorenheit in mir, die hat sich so verstärkt, dass ich echt an den Punkt gekommen bin, wo ich keinen Lebenswillen mehr hatte und auch mit niemandem darüber sprechen konnte, weil mich meine Freunde da drin nicht verstanden haben. Oberflächlich war ja alles sehr gut. Und so habe ich mich in mich zurückgezogen und der Lebenswillen ist mir abhandengekommen. Und irgendwann ist er mir so abhandengekommen, dass ich gemerkt habe, jetzt wird es gefährlich. Also jetzt, wenn ich jetzt nicht, Veronika, wenn du jetzt nicht aufpasst, dass du am Leben bleibst, du musst jetzt was machen. Das geht in eine Richtung, die sonst aus dem Leben rausgeht. Und dann habe ich mich begonnen und das war damals gar nicht so einfach, jetzt bin ich 39. Also ich würde sagen, mit 19 habe ich langsam, langsam begonnen mit Selbstfindung. Und damals war das noch nicht so offensichtlich wie, heute gibt es ja ganz viele wunderbare Sachen, auch wie bei euch, wo man sich mit sich selbst beschäftigen kann. Ich kam ja auch noch von einer ganz anderen Ecke. Und da habe ich angefangen, mich zu suchen und erst mal klassische Bücher gelesen. Und es ist dann aber sehr, sehr langsam gegangen. Und ich hatte dann schon nach einer Zeit, als ich diese Bücher gelesen habe, so das Gefühl, okay, so könnte das sein. Aber meine Traurigkeit ist nicht weggegangen, mein Verlorensein auch nicht. Lebenswillen habe ich wieder mehr bekommen. Und dann zehn Jahre später, mit 29, ist nochmal ein tiefer Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, boah, nee, jetzt muss ich wieder was machen, jetzt bin ich doch schon dabei, aber es fühlt sich wieder so schrecklich an in mir. So möchte ich nicht leben, ich muss jetzt etwas machen. Und bin dann auch wirklich zu einem Selbstfindungsseminar gegangen, wo ich mich einfach mit mir selbst auseinandersetzen wollte. Also nicht mit Realität. Ich wollte einfach mal so klassisch Gefühle fühlen, zu mir kommen, Meditation lernen. Und dann sitze ich in diesem Kreis und es ist an einem wunderschönen Urlaubsort und es ist wunderschön angeleitet worden. Und ich fange das Meditieren an und wollte mich mit mir beschäftigen. Und in dem, wo ich mich das Meditieren anfange, merke ich, da kommt ganz was anderes. Und etwas, was echt wie Zugriff auf mich hat. Und ich habe dann wie eine Durchgabe gegeben. Also etwas anderes hat durch mich gesprochen und nicht nur durch mich gesprochen, sondern auch wirklich meinen Körper mit eingenommen. Ich hatte die Bewegung von etwas anderem und bin dann zu einer Teilnehmerin hin und habe hier wie eine Durchgabe gemacht, schon fast unter Trance. Das war jetzt nicht schön für mich. Das, was ich gesprochen habe, war wunderschön. Das, was ich gesehen habe, war auch wunderschön. Völlig anderer Blick aufs Leben und auf alles, was ist, als den, den wir gelernt haben. Aber für mich als Veronika war es erst mal sehr dramatisch, weil ich hatte keine Berührung vorher mit Spiritualität, keine Berührung mit der geistigen Welt. Und ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Das heißt, ich bin dann da raus aus diesem Kontakt, wenn man das sagen kann. Die Menschen waren da nicht ausgebildet in Richtung Medialität, die waren in Richtung Selbstfindung ausgebildet, die um mich herum waren. Ich hatte ein Riesenangstfeld erst mal auf. Was ist das? Was ist mit mir? Was passiert da? Passiert mir das mal wieder? Ein Riesenfragezeichen. Und Charles, man muss ja auch sagen, ich bin da nicht gesessen als ein gefestigter Mensch. Ich bin da gesessen als ein Mensch, der eh Lebensthemen hatte, der eh mit sich in der Beschäftigung war und sich selbst kennenlernen wollte. Und dann schneit da was ganz anderes dazu, was man irgendwie auch noch gebacken hat. Das ist ja gelungen. Also du hast dich selbst kennengelernt, vielleicht ein Tick intensiver, als du es vorgehabt hättest. Ja. Wie ging es dann weiter? Du hattest dieses Erlebnis, ich würde es jetzt mal so eine Art Initiationserlebnis nennen. Warst dann erst mal verunsichert? Ich war nicht nur verunsichert, ich hatte panische Angst. Du hattest richtig Angst. Ich hatte wie Panikattacken. Also das musst du dir vorstellen, wenn du dann wieder nach Hause fährst in dein gewohntes Umfeld und dann wird dir sowas vielleicht am Frühstückstisch mit deinen Eltern passieren oder in der Arbeit oder so. Und warst du zu dem Zeitpunkt auch noch so im Model-Business tätig? Ja. Also du musstest auch noch nach außen hin eine gewisse Rolle repräsentieren und eine heile Fassade? Genau. Und innerlich hat mich das total bewegt und was gleichzeitig auch passiert ist, dass ich, es hat sich bei mir eine Wahrnehmung aufgemacht, nicht nur im Visuellen, in der Sichtbarkeit und in dem, dass ich Wissen auf einmal bekomme. Ich habe auch so viel geträumt dann auf einmal. Nacht für Nacht hatte ich wieder Dinge, die ich einordnen musste. Es ist alles wie so ein Kanal auf einmal aufgegangen, den ich so sortieren musste und ich hatte niemanden, der mir dabei hilft. Und da auch jemanden zu finden, wem vertraust du da in diesem Bereich? Wer kann dich da anlernen und wer sieht aber auch einfach die Veronika, die lost ist, die überhaupt nicht weiß, wie sie mit sich umgehen soll und die auch null geerdet mehr war. Also ich hatte dann auch gar nicht mehr das Gefühl, richtig geerdet zu sein. Im Nachhinein weiß ich, dass ich sehr viel Glück gehabt habe und das schon Gott sei Dank irgendwie behütet abgelaufen ist und ich nicht in einer Anstalt gelandet bin. Aber was hat dich dann auf diesem Scheideweg letztlich geerdet oder wie hast du lernen können, damit adäquat umzugehen, um es mal so zu formulieren? Ich bin ja dann in die Ausbildung gegangen, erstmal nicht in Medialität, sondern da weiter mit diesem eigenen Gefühle fühlen. Also ich habe die Medialität nicht gesucht in dem Sinne, dass ich sage, ich schaue, was es da für andere Ebenen gibt, sondern ich habe dann wirklich klassisch angefangen, all meine Gefühle zu fühlen, all das, was ich unterdrückt hatte, all das, was ich mitgebracht habe als Mensch, meine Kindheitserlebnisse. Also ich bin diesen ganz klassischen Transformationsweg gegangen, gar nicht auf Medialität ausgerichtet, sondern auf all meinen Gefühlen. Und umso mehr ich mich abgeholt habe, aus vielen traumatischen Erlebnissen auch raus, umso mehr habe ich eine Ehrung bekommen. Da war immer dann noch das Fragezeichen die Medialität. Aber die anderen Anteile, die ich angenommen habe, die haben mich geerdet. Das hat mir immer wieder ein Stück weit mehr Boden gegeben, mich zu erden. Es ist ja auch etwas, was ich häufig beobachte, so in der sogenannten spirituellen Szene, dass manche Menschen dort mit vielen geistigen Phänomenen Kontakt haben oder darüber sprechen oder manchmal auch nur so tun als ob. Das aber oft auch diese ganz simple, ich würde es jetzt mal so, therapeutische Arbeit an den Lebensthemen fehlt. Und ich glaube, das ist aber auch wichtig. Das eine bedingt das andere, um eben diese Bodenhaftung auch noch zu haben, wenn man manchmal geistig, sag ich mal, fliegt. Ja, also ich muss sagen, am Anfang hatte ich ja einfach Angst vor diesen Ebenen. Und nicht, weil die schrecklich sind, sondern weil das etwas ist, was du überhaupt mal erst verarbeiten musst. Und es dich einfach erschreckt, das ist etwas ganz Neues. Es wirft dein Körpersystem in Unsicherheit. Und all das, was wir nicht kennen, wirft uns in Unsicherheit. Und ich war ja, wie gesagt, auch nicht gefestigt zu dieser Zeit, als mir das begegnet ist. Dann, und ich glaube, das passiert auch vielen spirituellen Menschen, wenn man dann erfährt und eine Zeit lang damit ist und merkt, oh, wie wunderschön ist das. Also da könnte man sich am Berg wegmeditieren oder wo auch immer oder ins Kloster gehen oder da bleiben. Und wenn sich das dann eröffnet, diese Schönheit darin und wenn man das gut verarbeiten kann, dann könnte man sich da auch sehr gut wegfliehen damit. Dann könnte man sehr gut sagen, und das machen auch einige spirituelle Menschen, das dürfen die auch, da geht man halt zum Guru irgendwo hin und der ist da für sich. Oder man bleibt einfach viel in Meditation, was ja auch schön ist. Man könnte sich da sehr hineinfliehen und dann mehr oder weniger weggehen von dem irdischen Erlebnis, das jetzt gerade stattfindet. Und ach, habe ich eine scheiß Beziehung, wie schön, okay, ich doch mit meinen Verbindungen, mit meinen geistigen Begleitern in Verbindung. Oder habe ich das oder das im Leben. Man könnte sich wie ein bisschen wegmeditieren und in die Spiritualität so einsteigen, dass man weltfremd wird zu dem, was wirklich gerade stattfindet. Weil es auch diese Schönheit in sich birgt, in der man sich auch abholen kann. Und das habe ich dann, aber es hat bestimmt zwei Jahre gedauert, nachdem es bei mir durchgebrochen ist, wenn nicht sogar drei, als mehr oder weniger die ganzen Schattenseiten erstmal durch mich durchgelaufen sind. Und ich die integriert hatte und ich dann wirklich in dieser Schönheit auch angekommen bin, die es mit sich bringt, wenn man mit diesen Ebenen in Kontakt ist. Dass ich das einfach auch dann erstmal richtig genossen habe. Immer einen Hafen zu haben, wo ich hingehen kann und wo du die Wahrheit des Lebens wahrnimmst und siehst und spürst. Also das ist etwas, was bleibt dir dann auch als medialer Mensch. Und wir haben ja alle diese Medialität in uns. Das ist etwas, wo man sich immer damit verbinden kann. Es ist ja eigentlich immer da. Eigentlich, es ist immer da. Und ab dem Moment, wo ich das für mich in der Ruhe annehmen konnte und durchlassen konnte auch zu mir, ist es jetzt ein absoluter Hafen, den ich immer dabei habe. Egal wo ich bin, egal was, was um mich herum los ist, ist es da. Wie nutzt du deine Medialität, um dann als Coach anderen Menschen zu helfen? Wie kann man sich da deine Arbeit vorstellen? Also einerseits natürlich ganz klassisch, dass Menschen zu mir kommen, die Fragen über ihr Leben haben und ich dann in Verbindung gehe und diese Frage, eine Antwort zu diesen Fragen aus der geistigen Welt kommt. Aber es ist viel vielfältiger, weil wenn du als Mensch mit anderen Menschen bist, der dieses Wahrnehmungsfeld offen hat, dann bist du mit vielem, vielem in einer Ruhe und in einem Vertrauen, mit dem der Mensch, der bei dir ist, nicht in einer Ruhe und einem Vertrauen ist. Weil es ist gerade ein großes Thema. Ich sehe aber dann ganz oft schon, was ist der Sinn darin? Wie arbeitet denn die Liebe darin? Weil das, was sich ursprünglich in mir, im allerersten Kontakt, den ich euch und dir vorher gesagt habe, hergestellt hat, war etwas, dass ich auch zu dieser Teilnehmerin hin bin. Und dass, wie das Leben aufgemacht ist, gesehen habe, was für uns alles aufgestellt ist, aus der Liebe heraus, aus der absoluten Liebe heraus, um zu uns zu kommen. Und wenn ein Mensch bei mir ist und ich dieses Wahrnehmungsfeld habe, dann bin ich schon mehr oder weniger angekommen in dem, was er mit sich bringt, weil ich schon wieder sehe, das ist aus der Liebe heraus aufgebaut. Das ist nicht, um diesen Menschen jetzt hier zu geißeln. Das ist etwas, was der Lebensweg, was die Entwicklung ist, was ursprünglich aus der Liebe herkommt und nicht herkommt, weil das Leben ungerecht oder böse ist oder weil es da irgendeine dunkle Seite gibt oder so. Medialität ist ja auch ein weites Feld, wo es verschiedene Arten gibt, mit Wesen oder Entitäten in Kontakt zu treten, also Seelen von Verstorbenen bis zu Engeln. Wo kann man dich da verorten? Was genau machst du da mit oder innerhalb der geistigen Welt? Ja, bitte, das ist eine schöne Frage. Also wenn ich von geistiger Welt spreche, geht es mir wirklich um die geistige Welt, die dann bei den Meistern, in den Meisterenergien oder in den göttlichen Energien ist. Da fühle ich mich ganz sehr. Das kann ich ganz im Speziellen fein wahrnehmen und ich würde auch sagen, das sind die geistigen Begleitungen, die man ja auch dabei hat. Aber ich kann auch alle anderen, ob das jetzt Ahnen sind, ob das Verstorbene sind, ob das die Naturwesen sind, ob das die, die es da sieht sind, ob das alles, was in der feinstofflichen Welt da stattfindet. Und wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, ob das alles ist, weiß ich gar nicht, nehme ich auch wahr. Aber mein Spezialgebiet ist schon diese geistige Welt, die Meisterenergien und ja, es ist das Göttliche. Ein anderer Aspekt deiner Arbeit, der mich sehr interessieren würde, ist das Thema Weiblichkeit. Du bietest auch einen Kurs an, wo es um den weiblichen Zyklus geht. Das finde ich sehr spannend. Was ist das für ein Wissen, das du dort vermittelst und wie hilft es Frauen und gegebenenfalls auch Männern weiter im Leben? Ja, also bei mir war es ja so, dass ich mich so lost gefühlt habe. Ich habe mich so lost gefühlt und kein Gefühl zu mir selbst wirklich gehabt. Und meine großen Schritte zu mir selbst war auf der einen Seite die Medialität, die eher unfreiwillig. Und den Schritt über den weiblichen Zyklus, der hat mich auch gefunden. Und da habe ich mir gedacht, hä, weiblicher Zyklus, wie soll ich mich da selbst finden? Was hat das denn mit mir zu tun? Wir Frauen kriegen ja eh nichts beigebracht über den weiblichen Zyklus. Und ich hatte auch als junges Mädchen lange die Pille genommen. Und dann ist der Zyklus ja eh fehlgesteuert. Aber ich habe dann gelernt und das war für mich so eindrücklich und das hat mich so sehr zu mir geführt, wie ich mich über meinen Zyklus selbst kennenlernen kann. Wie ich einen Zugang über dieses Geschehen, was ja jeden Monat in mir stattfindet und das ist ja absolut erdverbunden. Das ist ja der Zyklus der Erde und der Zyklus in der Frau über die unterschiedlichen Phasen, wie ich mich darin finden kann. So war das mein zweiter großer Baustein in Selbstfindung. Und ja, da mich das so fasziniert hat und dass ich diese Wahrheit da drin so gespürt habe und mich selbst drin so gespürt hat, habe ich da einen Kurs dazu aufgenommen. Weil ich glaube, wir wünschen uns alle den Weg zu uns selbst. Und der Weg als Frau über den weiblichen Zyklus ist für mich sehr einfach, weil es in uns passiert, weil es etwas ist, was die Erde mitmacht, wo wir mitgehen können und uns selbst dann herauslesen können und dann aber auch verstehen, warum sind wir so, wie wir sind. Weil ich hatte so große Unterschiedlichkeiten in mir, die, da dachte ich, bin ich jetzt so oder bin ich jetzt so? Und Monat für Monat waren die anders. Also für mich war das ein riesen Anker mal zu verstehen, in welcher Zykluswoche bin ich denn wie? Auf was richte ich mich denn da aus? Wie bin ich in der Partnerschaft? Wie kann ich, und das ist die große Frage, die wir uns alle stellen dürfen, gut mit mir selbst umgehen, damit ich hier auf dieser Welt in meinen Strahlen gehe? Was brauche ich in der letzten Zykluswoche und was in der ersten? Warum bin ich so verwirrt von mir selber? Gibt es da vielleicht einfach eine Struktur in mir, die immer unterschiedlich ist und die jedes Monat wieder unterschiedlich ist? Und wie richte ich mich danach aus und wie kann sich auch mein Partner, meine Kinder, alle um mich herum danach ausrichten? Und dann, als ich mich selbst verstanden habe darin, kann man natürlich dann auch anfangen und das ist für alle Frauen und für alle Partnerschaften grandios oder Firmen, wenn sie es verstehen, wie die Frauen da sind, dann auch wirklich damit zu arbeiten und zu wissen, was habe ich denn im Moment für einen Energiefluss in mir als Frau? Bin ich jetzt gerade unter einer gebärenden Energie? Bin ich gerade unter einer empfangenden Energie? Bin ich gerade in einer ruhenden, in einer gebenden? Da wirst du immer am besten sein drin. Da kannst du deinen Kalender danach so ausrichten. Du würdest dann schon wissen, da machst du ein Geschäftsgespräch und da machst du einen Meditationsretreat. Und das, wenn du verstehst und wenn du dich darin kennenlässt, sammelst du dich Stück für Stück immer weiter ein. Und alle anderen können auch viel einfacher und schöner mit dir leben und du bist als Frau nicht nur die, die die Kinder auf die Welt bringt, sondern die über ihren Zyklus auch das geistige Wissen mit auf die Welt bringt, all das, was sie mit sich trägt oder mit ihrem Partner oder mit der Firma. Also wir sind als Frauen immer die Gebärenden oder die weibliche Seite. Wenn du deinen Zyklus kennst, dann weißt du, wann braucht es diesen gebärenden Raum. Wenn du dir Monat für Monat als Frau nicht den gebärenden Raum gibst, das heißt dann den Raum der Ruhe, den Raum des Loslassens, stockt deinen Zyklus und das führt zu ganz vielen weiblichen Krankheiten. Ich sehe da auch eine Art, könnte man fast schon sagen, zivilisatorische Herausforderung. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die uns ja Lebensmodelle aufzwingt, die total konträr laufen zu natürlichen Zyklen. Und da ist die weibliche Periode ja nur eine von vielen. Wir Menschen und die gesamte Natur sind zyklische Wesenheiten, leben aber in einer Gesellschaft, die linear funktioniert, wo es immer eine Steigerung von Erfolg geben soll. Oder wenn ich an klassische Angestelltenverhältnisse denke, wo eine 5-Tage-8-Stunden-Woche vorgetaktet ist. Und es läuft so konträr zu unserer Natur. Weil wie du schon gesagt hast, wir sind in ganz unterschiedlichen Energien und auch Männer haben Zyklen kosmischer Art, anders als jetzt der weibliche. Aber wir haben diese Phasen und sind dazu gezwungen, völlig an uns vorbeizuleben. Und ich glaube, da ist auch eine der Ursachen für viele geistige Nöte unserer Zeit. Und deshalb finde ich es total wertvoll, wenn man in seiner Arbeit darauf hinweist, dass die Menschen mit diesem Wissen machen, ist ihnen natürlich überlassen. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Ist ein ganz wichtiges Thema. Und es ist ja so, okay, es wird vorgegeben von der Gesellschaft, aber funktionieren tut es nicht. Es führt in Krankheit, es führt in Depression. Es führt dann die Menschen ja doch wieder in einen Zyklus, wo man sich wieder ausruht unter Druck oder unter Krankheit oder unter Tod. Das Natursystem, das darunter läuft, ist ja das Stärkere. Wir denken, wir haben etwas anderes, aber das ist nicht stärker. Das wird hier gerade abgespielt und Gott sei Dank auch nicht bei allen. Das, was darunter läuft, die Natur, die arbeitet die ganze Zeit. Und wie du auch sagst, auch die Männer, die laufen auch unter dem Zyklus, weil diese Erde eine weibliche ist. Und das wird uns mal vergessen, diese Erde ist weiblich. Das heißt nicht, dass es besser ist als das Männliche. Aber natürlich laufen die Männer dann auch unter dem weiblichen Zyklus. Nicht durch ihren Körper in der Form wie eine Frau, aber auch, ja. Und dass du es ansprichst, ist ganz grandios, weil was passiert. Und das ist bei mir eben als einzelner Mensch auch so passiert, wenn man sich auf den eigenen Zyklus wirklich wieder ausrichtet. Wie wenn du auf dem Segelboot sitzt und weißt, wann ist Wind und wann ist Flaute und die Flaute nutzt, um dich auszuruhen, um dann auch im Wind dein Segel wieder aufzustellen. Aber stell dir mal vor, da sitzt jemand, der in der Flaute sein Segel aufstellt und alles tut, damit dann bloß der Wind kommt. Der ist fertig. Anstatt einfach mit diesen Zyklen zu gehen, sich nähern zu lassen und dann zur richtigen Zeit rauszugehen. Das ist auch wie die Jahreszeiten. Wir gehen ja auch nicht in Skikleidung irgendwie im Sommer an den Strand. Also da machen wir das ja ganz instinktiv, weil wir durch die Sonne mitbekommen, welche Phase gerade angesagt ist, welche Jahreszeit. Beim weiblichen Zyklus hat es ja mehr mit der Mondenergie zu tun oder bei anderen Zyklen, die subtiler ablaufen. Aber sich da zu sensibilisieren, halte ich auch für eine ganz wichtige Aufgabe. Was mich noch interessieren würde, wenn wir über den Zyklus sprechen und die Heilung der Weiblichkeit, da kommen wir auch automatisch zur Heilung der Männlichkeit. Welche Rolle spielen aus deiner Sicht Beziehungen oder heilsame Beziehungen, jetzt vielleicht auch im Gegensatz zu toxischen Beziehungen? Also die Beziehungen spielen eine ganz große Nummer. Es ist immer eine große Nummer, wenn männlich und weiblich zusammenkommt, wer männlich und weiblich einfach entstehen lassen kann. Also natürlich haben wir auch einzeln männliche und weibliche Anteile in uns, aber wenn wir wirklich als Mann und Frau zusammenkommen, unsere Energien mit uns haben, das heißt mit uns selbst verbunden sind und uns nicht ablehnen, dann entsteht da etwas und dann entsteht da immer etwas Neues. Wir haben einfach die Kraft, miteinander Neues entstehen zu lassen. Nicht nur ein Kind wie Mann und Frau, sondern auch viele Projekte, viele Dinge, vieles Aufleben. Und das sind die Pioniere der Zeit, männlich und weiblich gemeinsam. Und ich finde es auch so schön, dass es ins Männliche und Weibliche hineingelegt worden ist, weil es wird nicht funktionieren, solange wir uns das Mann und Frau innerlich bekriegen oder voneinander weglaufen. Dann ist entweder Stillstand oder Kriegerisches. Sobald wir als Mann und Frau zusammenkommen und das machen eben die Partnerschaften, weil die Partnerschaften sind ja aus nichts anderem als aus Liebe zusammen. Also natürlich gibt es andere Gründe, warum man zusammen sein kann, aber sagen wir mal, die ursprüngliche Form und die, die Gott sei Dank viele, die hier zuhören, bestimmt auch gewählt haben, ist, ich bin mit dir zusammen, weil ich mich in dich verliebt habe, weil da die Liebe ist. Und aus dieser Form heraus können Mann und Frau, wenn sie aufhören, unterdrückt oft sich zu bekriegen, unterdrückt zu schauen, wer ist jetzt der Bessere von uns, bin ich jetzt der bessere Mann, bin ich die bessere Frau, aufhören, voneinander eine Stärke zu leben, die sie nicht haben. Wenn wir uns wirklich trauen, nur vor einem Menschen, nur vor dem anderen Geschlecht, das da gerade ist. Und deswegen finde ich alle anderen Partnerschaften auch toll, ob es Frau, Frau oder Mann, Mann ist oder was auch immer. Aber wenn wir als Mann und Frau zusammenkommen und uns blank machen und aufhören, uns auf irgendeine Art fertig zu machen, runterzuspielen, zurückzuhalten, dann ist eine Dynamik da, die ursprünglich eh schon da ist. Mann und Frau, wenn sie zusammenkommen, da ergänzt sich etwas, da befruchtet sich etwas. Und wenn wir uns dem hingeben und nicht mehr schauen, um was geht es uns denn jetzt aus dem Ego heraus bei uns selbst, sondern was passiert, wenn wir zusammen sind, wo wollen wir hin, was möchten wir als Seele, was sagt hier auch unser Lebensweg, dann ist da eine Dynamik, die befruchtet, die entwickelt, die diese Welt aufstehen lässt. Ja, in etwas Schönes hinein, das können wir auf die Welt bringen. Das Thema Ego finde ich auch nochmal interessant, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auf deinem Lebensweg ja zwangsläufig eine gewisse Rolle gespielt hat. Wenn man ein Model ist, Aushängeschild, Gesicht praktisch für Unternehmen, man wird gesehen, wie du es vorhin schon sagtest, man steht im Rampenlicht, man ist begehrt, da sind ja viele Faktoren, die das Ego füttern auch unter Umständen. Und dann auf der anderen Seite hattest du diese Trauer, also auch einen Bereich, wo das Ego vielleicht schwach war. Wie gehst du mit Ego-Kräften um, dieses Spannungsfeld und gerade mit diesem Erfahrungsschatz? Und welche Rolle spielt das heute für dich? Also spannenderweise bin ich immer ganz froh, wenn ich mein Ego mal spüre, weil ich auch da, wenn man da auf so einem Berg steht und so strahlt und alles hat, habe ich mein Ego, würde ich sagen, nicht gespürt. Ich habe so viel Minderwert in mir gehabt und auch, das weiß ich heute, Ablehnung meiner Weiblichkeit und so viel Unliebe, dass ich es nicht mal oberflächlich in mir vorher gehabt hätte. Aber was bin ich hier und ich gehe hier raus? Das hatte ich nicht. Das wäre mal gut gewesen zu der Zeit, dann hätte ich das auch anders genossen. Und heute, wenn ich es mal spüre, ist es für mich auch eher gut, weil ich dann mal ein bisschen ins Aufstehen und mich abgrenzen gehe. Also ich tue das Ego nicht ab. Manchmal ist es auch unterstützend, jetzt aus meiner Sicht heraus. Manchmal ist es unterstützend, manchmal dürfen wir uns so ein bisschen ein Ding rumlegen, um dann auch vorwärts zu gehen. Deswegen kann ich jetzt so aus dieser Ego-Sicht nicht so viel berichten, weil ich das bei mir nicht so beobachtet habe. Vielleicht ist es irgendwo, vielleicht schaut uns das wieder zu und denkt, Mensch, boah, da hast du ja voll die blicken Flecken, da darf er sich gerne bei mir melden. Aber ich hatte das nicht so ausgeprägt in mir. Ja, habe ich jetzt deine Frage beantwortet? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich meine, wir alle haben ein Ego, wir haben mit dem Ego zu kämpfen. Manchmal gibt es Phasen im Leben, da leidet unser Ego. Es gibt Phasen, das ist ja auch ganz verführerisch. Erfolg füttert das Ego, man kann auf so einen Trip geraten. Da bist du jetzt ja auch gar nicht ein Extrembeispiel, so war die Frage nicht gemeint. Aber es sind Dinge, die uns begegnen auf unserem Lebensweg. Und wir sind immer in diesem Spannungsfeld. Wann hat man zu viel, wann hat man zu wenig davon, wann kompensiert man, wann ist man im Selbst, wann ist man in der Maske. Das hatte mich interessiert, weil ich es ja so interessant finde, du hast, dir gelingt eine Innenschau, du kannst dich im Inneren mit etwas Höherem verbinden. Und dir ist aber auch in der Vergangenheit ein äußerer Erfolg gelungen. Das ist ja nicht bei jedem Menschen so. Manche sind nur medial oder manche sind nur Model. Viele sind gar nichts von beiden. Du hast ja schon gewisse Extreme, sage ich mal, erlebt. Deshalb fand ich es interessant, was da vielleicht dein besonderer Erfahrungsschatz diesbezüglich sein könnte. Ja, wie schön, dass du es sagst. Mein Weg war wirklich immer in den Extremen, was mich ja innerlich auch fertig gemacht hat. Also wenn du so viele Extreme gehst, ob es dann ins Schöne ist oder ins Negative. Und Medialität heißt ja nichts anderes als das Medium in der Mitte sein. Und da bin ich jetzt gerade auf dem Weg, Charles. Und es ist spannend, wo es hingeht, weil ich, ja, ich verstehe meine Medialität. Und ich verstehe mich als Mensch, also wie Himmel und Erde. Wo pendle ich mich denn wirklich in der Mitte ein, auch ohne mein Ego? Gerade als du gesprochen hast, habe ich mir wirklich nochmal gedacht, okay, vielleicht habe ich mein Ego auch wirklich manchmal ins Opfer geleitet. Weil das kann ja auch Ego sein. Dass ich in eine Leitfigur reingegangen bin, das kann man sich aus der weiblichen Geschichte auch vorstellen, wo man einigermaßen sicher ist, dass man dahin geführt bin. Der Andi hat immer zu mir gesagt, mein Partner, den hier vielleicht auch manche andere hören, der hat immer in manchen Lebenssituationen zu mir gesagt, Weronke, ich weiß ganz genau, dass du nicht nur schwach bist, weil ich so viele Schwächemomente hatte und so oft fertig war. Und deswegen darf man auch schauen, das Ego muss einen nicht nur in die strahlenden Positionen führen, das kann einen auch woanders hinführen, um einfach einen Weg weiterzugehen, der nicht ausschert. In irgendetwas, wo es vielleicht gar nicht hingehen möchte, wo wir unerlich Unsicherheiten haben. Weil das ist auch ein Punkt, das ist schön, wenn ich den noch sagen darf, weil der für viele Menschen wichtig sein wird, die jetzt in ihr Licht und in ihr Strahlen gehen. Ich hatte das schon sehr früh, dass ich in mein Licht und in mein Strahlen gegangen bin, jetzt nicht auf medialer Ebene, in der Medialität, aber eben in der Ebene des Models. Und was mir da fast schon am wenigsten begegnet ist, ist dieses liebevolle, offene wie schöne, sondern ich bin ausgegrenzt worden von meinen Freundinnen, die damit nicht umgehen konnten, ausgenutzt worden von Männern, die dann nur mit dir ins Bett wollen. Ganz, ganz vieles Negatives, ganz viel Neid. Ich habe die Neid so innerlich in mir gespürt. Und obwohl ich ja, ich war ja die Gleiche, ich war auch lieb. Es ist nicht so, dass ich irgendwas gemacht hätte, wo, okay, dass ich jetzt irgendwelchen anderen zehn Männer ausgespannt hätte. Ich war ja die Gleiche. Ich bin zu etwas gegangen, wo nicht so viele um mich herum waren. Wie so eine Aushängefigur oder ein Platz, den sich andere wünschen. Und was habe ich bekommen? Ich habe mir nicht die Liebe bekommen, die ich gesucht hätte. Ich hätte Liebe gesucht. Sondern ich habe Neid bekommen, Eifersucht. Ohne, dass man eben sexuelle Attraktivität an mir findet. Aber lang nicht das, was ich gesucht hätte. Und das hat mich so verunsichert, dass ich mich auch wirklich von einem Teil, sagen wir mal, dieser Schönheit und dieser Ausstrahlung, wieder getrennt habe. Also ich bin dann schon auch ein paar Jahre wieder rausgegangen und habe gesagt, oh Gott, groß nicht mehr Haare färben, groß nicht mehr schick anziehen, lieber ein bisschen zunehmen. Ich war happy, wenn die Frauen um sich herum mich wohl gefühlt haben, damit ich einfach dabei sein kann. Also ich konnte es nicht egomäßig genießen, sondern ich habe mir Verbindungen gewünscht. Ich habe mir gewünscht, unter den anderen Menschen zu sein. In mir ist es ja von mir heraus, ich habe mich zur Frau entwickelt und es ist entstanden. Mehr oder weniger, ich konnte ja eigentlich nichts dafür, wie ich dann aussehe. Und bin da mitgeschwommen, weil ich dachte, das ist was Schönes. Und das konnte ich so vor der Kamera. Aber wo ich angekommen bin, war ganz grauenhaft, obwohl ich innerlich grauenhaft. Und nicht nur innerlich grauenhaft, sondern auch, und das kann für viele andere Menschen auch gelten, die hier zuschauen, sondern ich habe so viel Neid geerntet. So viele Menschen haben sich von mir abgewendet, die schon lange mit mir waren, die meiner Entwicklung irgendwie nicht in sich frei mitgehen konnten. Ja, das war etwas, was mich schon sehr erschrocken hat. Und wo ich heute, da höre ich auch schon so lange, wo ich heute auch, wenn ich sage, ich gehe wieder in Sichtbarkeit mit meiner Medialität, was ja auch irgendwie wieder eine Besonderheit ist, obwohl das alle Menschen in sich tragen, wo ich heute sehr achtsam bin, wie vertreibt sich das mit meinem Umfeld? Und ich bin gespannt, wie es dann wirklich sein wird. Heute bin ich keine 17, 18, 19 mehr. Heute habe ich eine gefestigte Partnerschaft. Heute bin ich mit Kindern. Heute bin ich an einem Ort, wo ich mich wohlfühle. Und heute bin ich vor allem bewusster, was mit meinem Umfeld passieren kann. Damals hat es mich total erschrocken, ja. Das ist ja auch ein interessanter Kontrast. Damals warst du sehr sichtbar. Ja, im wörtlichen Sinne sogar ein Aushängeschild. Heute machst du Dinge sichtbar. Schön. Das ist eigentlich ja auch eine sehr schöne Gewandlung. Vielleicht in einem gewissen geistigen Sinne ja sogar dasselbe Thema aus verschiedenen Perspektiven. Auch diese Erfahrung, diesen Erfolg, den du hattest in dieser Form, jetzt gerade als Model, ist ja schon etwas, was sich jetzt auch viele junge Mädchen wünschen. Irgendwo ein bisschen der Traum vieler Frauen. So nach dem Motto, ich bin mal die Schönste und alle himmeln mich an. Diese Erfahrung aber gemacht zu haben und dann festzustellen, das, wo ganz viele hinwollen, ist es jetzt gar nicht. Sondern der Weg hin zur Verbindung mit Menschen und mit einer geistigen Welt und dann heilsam zu wirken. Und so, finde ich, hat dein Weg doch etwas sehr Inspirierendes. Und ich hoffe, dass das in diesem Gespräch auch für unsere Zuschauer so rübergekommen ist und wir ein Teil der schönen Energie und Begeisterung, die wir hier in unserer kleinen Runde, ja, finde ich, spüren können, dass das auch nach draußen zu den Zuschauern rüberkommt. Veronika, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Es war wirklich schön. Vielen Dank, dass du gekommen bist und ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich hoffe es auch, Charles. Vielen Dank. Danke, dass ich es sein durfte. In dem Sinne, liebe Zuschauer, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Cosmixina. und bis zum nächsten Mal bei Cosmixina. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Cosmixina. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Cosmixina.